Es gibt einen neuen Skin im Shop, einen lebendigen Baum. Ja, sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Mit dabei ist der einzig wahre It's Asi-TV. Was geht ab, Plan? Boah, Junge, meine Ohren. Wir haben auf jeden Fall vor ein paar Runden Duos gespielt. Und tatsächlich wurde ich von ihm teilweise gecarried. Ja, werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Dann hier noch der neue Shop, wie gesagt, hier der Bush Ranger. Mega geil auf jeden Fall. Vergiss nicht, rechts unten im Shop meinen Creator Code einzutragen. ARIANFN. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, los geht's. Okay, komm, lass einfach mal Lazy Lake. Komm. Ey, was sind das denn für Füße? Guck dir das mal an. Klaus, wie so ein Ast. Das ist auch ein Ast. Wie sagt er? Ja, ich land hier im Haus. Nein, ich hab... Alter, weil ich das Menü geöffnet hab. Oh, kann ich nicht weiter fliegen. Man, jetzt bin ich tot wahrscheinlich. Ja, halb so wild. Ich bin da auch. Ich kann dir doch helfen. Aber ich hab auch ne Tech. Hab ihn. Hab einen. Oh. Wo ist denn der Typ? Der ist unter der Treppe, glaub ich. Ich hab ihn. Ah, nice. Was ist denn Lappen? Weißt du, wo ich gesteckt habe? Peinlich. Der kommt, der kommt, der kommt. Oh Gott. Also wenn du das nicht checkt. Der hat grad her geschaut und hat sich gecheckt. Guck mal, der ist da... Als ob der das nicht checkt. Guck mal, der checkt das nicht. Guck dir mal. Ey! Der hat mich gesehen und der wollte mich snipen. Nein! Schade. Schade, schade. Ich hab keine Mets mehr. Ich hab keine Mets mehr. Spidey hat kein Schild mehr. Jo. Ich hab keine Mets mehr. Ich muss ins Haus. Ich hab ihn. Nice. Der bei dir hat kein Schild mehr. Ich hab ihn. Nice. Was für E-Slinge. Da ist ein Gegner vorne. Komm, fahr dahin. Gib Gas, der snipet dann. Hat einen Hit. Pass auf. 50 Gate. Hab einen. Das sind ja zwei Leute, es sind glaube ich mehr als zwei Leute, oh da kommen ja nochmal welche. Alles easy. Ja ok, der ist scheiße. Easy. Kommen mehr, kommen mehr. Warte, ich hole dich. Warte, hier zwei Fische. Aber da müssen noch welche gewesen sein. Ich habe doch da noch mehr gesehen, ja tatsächlich. Komm, meditieren. Ich habe doch gesniped von der anderen Seite. Das ist ein übelster Tryhard. Hab ihn, pass auf. Ja schade. Das ist das Manager. Irgendwo drüben auf NW war noch welche. Da hinten, ich sehe den Snipertypen. Ok, komm, lass mit dem Boot hin. Ah, da oben auf N. Ja, der sieht uns. Gott. Oh. Haha, was? Ja komm, lass den pushen. Hab ihn. Nice. Oh nein, die Waffen drunter. Oh mein Gott. Alter. Jetzt bleibt die da oben. Was? Jetzt bleibt die Waffe da oben. Hier sind noch welche, ne? Hey, ich habe was für dich. Warte. Ja komm, pass auf. Ach nö. Noch mehr. Oh. Nein, der hat die, mein Gott, nein. Der hat diese Dreckswaffe. Nice, 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 nice. Ich finisch ihn und nimm seine Mets. Oh mein Gott, ja. Ja, wenn die da oben sind. Nein, rechts. Oh fuck. Vielleicht ist da trotzdem einer noch. Nein, da sind beide. Oder? Das ist einer. Ja, das sind beide. Oh, verdammt nochmal, Digga. Oh, verdammt nochmal, Digga. Erditiere dich. Ja, ja, bau dich hier einfach hoch. Der gönnt sich nen Biggi neben dir. Der hat dich gehatet. Ja, ja. Der hat dich selbst gehatet. Der hat 1 AP. Der hat 1 AP, der roteste Skin. Ja. Hinter dir noch, ne? Ja. Pass auf, hinter dir. Hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat die Runde gewinnt. Der war so low. Erditi, mach das fest, was ich dir gezeigt hab. Spitzhacke und dann Waffe. Spitzhacke und Waffe. Gönn dir erstmal den Biggi. Ey, entspann dich mal. Du bist viel zu aufgeregt. Geh dich raus. Alles easy. Geh schnell in die Zone. Okay, jetzt bau ne Treppe an der Seite. Ja, ja. Oh mein Gott. Was? Was hast du gemacht? Ey, kann es sein, dass du so aus Versehen war? Ja. Nein, nein. Oh mein Gott. Einfach von It's AsiTV gecarried, oh Gott. Ey, du bist ja echt besser geworden. Also, das ist ja... Echt? Du hattest elf Kills, oder? Wie viel? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, hab ich nicht geschaut. Komm, nächste Runde. Aufnahme. Okay, lass, lass, salty. Jo. Komm. Alter, der holt mich noch. Ah! Junge, ich dachte, der holt mich fast. Ich hab veraimt. Wenn der mich, wenn der mich geholt hätte, dann wär ich direkt offline gegangen. Äh, schon wieder. Nee, hab ich. Okay. Bei mir sind zwei Leute. Nice. Warte. Pass auf, ich nehm kurz die Sniper, ich nehm kurz die Sniper auf und wir haben... Kartoffelskills. Kartoffelskills? Kartoffelskills? Oh, ähm... Da hab ich ihn an der richtigen Stelle getroffen. Ey, hast du Sniper, Muni? Ich hab nur vier Schuss. Ähm, ja. Warte, fünf Sekunden. Gib. Ja, mach ich. Ey, meine Kiste, wenn du das machst, geb ich dir nix. Da war nichts drin. Spaß. Ich hätt dir sonst getroppt. Hier. Spaß, ich hätt dir gar nichts getroppt. Ich hab dir nur eins gegeben, du Lappen. Oh, ey, ich hätt dir alles getroppt. Nein. Ah! Oh! Als ob du den hast, Digga, krank. Wie der sich so extra AFK gestellt hat, um mir einen Quickscope zu geben. Aber da war ich wohl besser. Junge, hör jetzt auf. Hör jetzt auf, du kleiner Gorn. Boah. 100er Hit, 100er Hit auf 105. Puschen oder nicht? Was hast du? Alter, war der knapp. Ja, komm, lass pushen. Das ist ein Biggie. Danke. Komm. Oh mein Gott, der war so knapp. Oh, du Goro. Was? Einer ist übergeführt. Ich schreibe mich erstmal kurz. Der wird dich finischen wollen wahrscheinlich. Ich hab ihn. Was? Na wie, was? Normal. Ich glaube, ich hab da jemanden. Ja, ich seh da hinten welche auf SU. Oh mein Gott! Ey, Arjan! Ich hab grad einen gesnipet. Oh. Ja, der war so krank. Der war so krank. Okay. Krabbelt da, warum... Warum hilft sein Mate ihm denn nicht? Der Arme. Ja, jetzt hab ich meine Rakete umsonst. Ey, dein Busch ist einer. Schieß deine Rakete rein. Oder auch nicht. Ja, warte. Das ist ein Bot, glaub ich. Naja, mein Bot. Ich wurde fast gesnipet. Ah, das ist... Oh mein Gott, sowas schieß ich daneben. Das ist ja peinlich. Oh Gott, ich hab mich noch nicht so blamiert. Schneid dich niemals rein. Pass auf, er wird einmal rausgucken. Er kriegt so einen Quickscope. Komm, komm, komm. Na gut, war kein Quickscope, aber... Naja. Und tschüss. Nice. Wupp. Nice. Ähm, ja. Danke. Okay. Äh, da hinten sind welche. Und... Äh, einer kann Schiff mehr. Einer kann Schiff mehr. Was machst du denn? Der hat den Schumpf eingeballert. Hab ihn getroffen. Nice. Hab einen. Hab einen. Es ist ja... Es ist doch zu easy, oder? Ey, nimm mal einen Sniper mit. Lass mal die letzten versuchen zu trickshotten. Ach, das sind... Ist das ein Bots? Ich weiß gar nicht. Okay, das sind Bots. Junge. Cool. Da oben ist der doch. Scheiße. Wo? Kräft nicht mal. Du Scheiße. Du Scheiße. Da ist der. Schießt da daneben. Ein No-Scope. Nicht ein langweiliger, normaler Snipe. Okay. Oder vielleicht auch ein... Quickscape oder auch nicht. Ich weiß nicht, ist das ein Try-Harder? Ne. No-Scope doch. Die Waffe bringt ja gar nichts. Was machst du denn? Ach, scheiß drauf. Ich bin sehr normal, kein Bock. GG. Ja, waren zwei geile Runden auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach unten lassen. Schaut bei It's AsiTV vorbei. Ja, ihr kennt ihn eh alle. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.